Finger schön weg machen. Das nimmst du auf. Und da oben ist die Kamera. Das musst du den Finger wegnehmen. Ne, da unten ist die Finger. Da. Das Hühnruder geht nicht gleichmäßig, ne? Ja, das sind... Das sind... Also ohne Gewehr? Ja, klar. Geht nicht mehr. Du kriegst nicht hoch, ne? Ne. Okay, ich mach aus. Du kriegst nicht hoch. Vielen Dank.